Grüezi euch, schön, dass ihr dabei seid. Heute seht ihr ein paar super schöne Tröge, beziehungsweise Balkonkisteln. Wir machen was für die Sonne, wir machen was für die Schatten, wir machen natürlich was für die Bienen, für die Hummeln und für die Schmetterlinge und für uns selber, dass wir das noschen können. Und ich zeige euch, wie es euch selber eine gute Erde macht. Ich würde sagen, wir machen zuerst einen Topf für die Sonne. Das kann auch sehr sonnig sein und heiß. Viel haben wir vielleicht so einen Balkon, wo den ganzen Tag die Sonne hinscheint. Ideal oder irgendwo ein Eck zum Haus zu haben. Man hat natürlich eine Riesenauswahl an Drögen. Da gibt es ja heute mittlerweile ein schier endloses Sortiment. Ich habe mir jetzt einfach einmal drei verschiedene hergestellt. Ich werde den, glaube ich, nehmen, weil er eine gewisse Tiefe hat. Und dann werden wir noch ein Spezial setzen, weil der auch eine gute Tiefe hat. Da habe ich schon ein bisschen was im Kopf. Und in dem Fall werden wir uns das Substrat einmal nicht selber mischen, sondern auf ein gekauftes zurückgreifen. Müsst ihr einfach darauf achten, wann ihr ein Substrat kauft. Erstens dorffrei war ganz wichtig, dass es bio gemacht ist, war super natürlich. Und vor allem, dass es wirklich ein Substrat ist für Tröge, weil die haben einfach eine bessere Struktur, als wenn ihr eine Blumenerde oder sowas nehmt. Das funktioniert nicht gut. Und natürlich ganz wichtig, es wirst immer schauen, dass diese Tröge nach unten entwässern können, damit da kein Wasser sich staut drinnen, damit das ausrinnt. Der Vorteil, wenn man Gärtner ist, die Gärtnerei ist gleich hinter dem Haus. Und da holt sich Markus jetzt alles, was er für seinen Sonnen- und seinen Schattentopf braucht. Jetzt ist es natürlich immer ein Thema, werden viele wissen, man soll ja unten irgendwas reingeben, damit der Trog drenagiert ist, sozusagen, damit keine Nässe da irgendwie drinnen stehen bleibt. Ich sage immer so, es ist eigentlich erst nötig, ab vielleicht 25, 30 Zentimeter Höhe von Erde. Also da müssten wir es gar nicht unbedingt tun. Was aber nicht schlecht ist, weil wenn du nur Erde reinfüllst und unten die Löcher hast, dann kommt natürlich unten auch oft das ganze Erdige raus, beim ersten Mal gegessen vor allem. Und deshalb tue ich eigentlich ganz gern unten ein bisschen einen Kies hin. Da kann man genauso irgendwelche, wenn ihr habt, alte zerbrochene Tonschermen oder sowas nehmen, so wie es die Omas immer machen, die gebe ich unten rein. Und dann gebe ich eigentlich meistens nur eine Zeitung auf. Aus Trennlage, bevor die Erde reinkommt, könnt ihr euch ein Vlies auch zuschneiden oder so irgendwas, weil es geht eigentlich nur darum, dass die Erde nicht durchgeschwemmt wird. Und innerhalb kürzester Zeit durchwurzeln, die pflanzen ja eh diese Erde. Die wird später eigentlich nicht mehr rausgeschwemmt, das ist nur am Anfang. Und dann habt ihr eigentlich schon alles richtig gemacht. Aber wenn es recht ein niedriger Drog ist, könnt ihr euch das mit der Drennage, wie gesagt, eigentlich ersparen. Wenn ihr es eine gute Erde nehmt, dann kennt man das daran, dass da eigentlich auch immer ein Anteil an mineralischen Stoffen drinnen ist. Berlit, Bleedon, solche Sachen sind da drinnen. Das sind so eben, in dem Fall sind es so weiße kleine Steuern drin. Und das bringt der Luft eine in die Erde. Das wäre wichtig, dass es nicht einfach irgendwie so eine zu sehr vernässende Erde ist. Das funktioniert dann langfristig nicht gut. Ich schaue alle, bevor ich die Pflanzen dann letztendlich setze, von der Höhe, dass das ungefähr passt. Da fühle ich mir das gleich so an. Ein bisschen darf man es schon verdichten, weil es geht ja sonst sehr stark nach, wenn man es nur zu locker reingibt. Also ein bisschen drückt es sich zusammen und dann stellt ihr es rein und schaut einmal von der Höhe, wie das passt, dass es ungefähr mit dem Topfrand abschließt. Und bleibt es vielleicht ein Hauch von der Höhe unter dem Topfrand. Wieso, das sage ich euch nachher. Und so stellen wir es jetzt einmal auf. Gut, dann bitte alle Pflänzchen in Position. So, jetzt haben wir die einmal aufgestellt. Da gibt es immer verschiedene Philosophien. Man kann einen Topf sehr dicht bepflanzen, dann ist das blumenwiesenartig. Es könnt natürlich auch weniger Pflanzen reingeben, dann entwickelt sich jede Pflanze für sich ein bisschen buschiger. Das ist Geschmackssache. Wenn man viel reinsetzt, dann geht es einfach schneller. Es schaut gleich schneller nach was aus. Und je nachdem, wie groß der Drog ist, umso mehr verschiedene könnt ihr natürlich einsetzen. Okay, jetzt haben wir da richtig eine schöne Mischung. Das sind alles heimische Wildstauden eigentlich. Gut, einer ist ein bisschen eher aus dem Süden ein Zugereister. Das ist die rote Spornblume. Sie kennen vielleicht viel von euch. Eine wunderbare Pflanze, um Schmetterlinge anzulocken. Weil die hat ganz viel Nektar. Bliert super. Ist eigentlich ein Baldrian-Gewächs. Kann man essen. Wird in Italien viel gegessen. Bei uns nahezu unbekannt, dass man es essen kann. Ist auch was Gesundes. Das ist ja das Schöne an so Töpfen, dass man durchaus was einigen kann, wo man selber auch einmal kosten kann. Was haben wir da alles herinnen? Eine Kuhschelle. Die wird jetzt auch relativ früh im Jahr. Immer super, wenn man schaut, auch wenn es ein kleiner Drog ist, dass es vielleicht ein sogenanntes Trachtvliesband zusammenbringt. Das ist natürlich, wenn es ganz kleine Töpfe sind, schwierig. Das heißt nichts anderes, dass die Blüte so wie in einem Art Vliesband im Frühjahr beginnt. Dann habe ich ein bisschen später Richtung Sommer was. Und dann vielleicht noch einmal im Spätsommer. Und so ist immer ein bisschen ein gutes Menü für unsere Insekten. Und das wäre ja ganz wichtig, dass wir da auch vor allem auch Wildbienen und Schmetterlinge was bieten können. Dann haben wir eine Glockenblume drinnen. Die nehme ich sehr, sehr gern. Weil eigentlich alle heimischen Glockenblumen wären wirklich speziell von der Wildbienenwelt extrem geschätzt. Und die habt ihr dann auch da. Die kommen da auch her. In der Mitte haben wir einen Heilzist. Ist auch wieder eine Heilpflanze. Die gleichzeitig lieben Schmetterlinge und Bienen diese Pflanze. Da gibt es eine eigene, die Gartenwollbiene. Die mag die besonders gern. Die lässt sich da sehr gern blicken. Und wenn man Glück hat, dann sieht man manchmal, wie die Männchen miteinander streiten. Die Männchen streiten. Die Männchen streiten miteinander um die Weibchen. Ist einmal so. Was haben wir noch? Da haben wir eine Pfirsichblättrige Glockenblume. Also ich habe eine kleine und eine große drinnen. Und da hinten habe ich noch was ganz was Schönes. Das ist die Bergminze. Wenn man die so ein bisschen reibt und riecht. Ich finde, es riecht wie ein After-Aid. Also so ein richtig starker, minzenartiger Geruch. Ist ein extrem starker Magnet. Vor allem für Bienen, für Hummeln im späten Sommer. Die fängt erst so im Juli, August zum Blühen an. Jetzt kennt ihr sicher alle das Thema. Wenn man das Ganze gießen muss, dann schwemmt man ja oft diese Erden aus. Und das wird ja nicht besser mit der Zeit. Und es schaut dann auch oft nicht so schön aus. Und das ist schwierig irgendwie. Und ich gebe euch da einen Tipp. Deckt das oben ab. Also mulcht es im Prinzip. Und vor allem, wenn das dröge sind, die in der Hitze, in der Sonne sind. Finde ich, passt sehr gut dazu. Entweder könnte man so einen feinen, runden Kies nehmen. Das geht gut. Schaut auch optisch sehr schön aus. Ich nehme mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, am liebsten einen Sand. Weil der Sand ist so. Erstens ist er wie eine Art Deckel. Das ist der Kies auch. Der verhindert dann, dass die Feuchtigkeit entweicht aus dem Substrat unten. Also es ist wie so eine Art Kapillarsperre. Und was ein Riesenvorteil ist beim Sand. Es gibt doch gar nicht so wenig Wildbienen. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Glück. Die mögen das ganz gern, wenn sie wo reingraben können. Jetzt im Frühjahr. Weil da machen sie sogenannte Nistgänge. Und das tun sie auch gar nicht so ungern in Töpfen. Und wenn die mit einem feinen Sand abgedeckt sind, dann können die Bienen reingraben. Da tun sie sich natürlich beim Kies immer schwerer. Weil, kann man sich vorstellen, ein Kieselstein, den bewegt so eine kleine Biene nicht so leicht. Und den Sand, das mögen sie sehr gern. Außerdem schaut es einfach super aus mit dem Sand. Ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn das so richtig in Fahrt kommt und zum Blühen anfängt. Das wird relativ bald sein. Wir haben ja jetzt schon die Kuhschelle. Und so haben wir das ganze Jahr eigentlich ein schönes Blütenerlebnis. Und unsere Insekten gefreut sind natürlich. Und weil ich schon so in Fahrt bin mit den Töpfen für die Sonne, mache ich dann einen ganz schnellen Spezialtopf. Da kommt nämlich etwas rein, was eigentlich nur zweijährig ist. Aber auch diese zweijährigen, kennt ihr sicher alle, zum Beispiel Königskerzen oder in dem Fall der Natternkopf, sind einfach solche Insektenmagnete, dass sie es, finde ich, absolut wert sind, in Töpfe reingesetzt zu werden. Und man beobachtet diese Pflanzen dann auch ganz anders, weil man sie ja bei sich in der Nähe hat. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Und diese zweijährigen, die machen ganz gern eine tiefe Pfeilwurzel. Die kann man da drinnen machen. Und da setze ich gleich zwei, drei eine. Ich habe mir gedacht, ich setze noch einen Thymian dazu. Das ist so ein Sandthymian. Der kann dann schön runterhängen. Und dann geben wir eben einen Natternkopf und eine Königskerzeine. Und dann schauen wir, wie das Ganze eben so im Mund schaut. Eine Zeitung ist ja nicht immer gut. Aber für das ist ja jede Zeitung gut. Oh je, und Markus sollte sich wohl etwas beeilen. Meine Güte, ein bisschen Regen, ein bisschen Graupelschauer. Nur die Harten kommen in den Garten. Ist einmal so. Was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, die Weichen, die gehen jetzt Kaffee trinken. Das Schöne ist, ich erspare mir in dem Fall das Eingießen. Was will man mehr? Aber jetzt gehen wir, glaube ich, wirklich rein. Und zwar auf ein schönes Tässchen Tee. Das Nette ist, wenn man sich solche kleinen Töpfe oder so Kisteln setzt, mit Sachen, die es vielleicht auch in einen Tee rein tun könnte. Dann könnt ihr einmal, wenn es draußen schier ist, einen kleinen Tee trinken. Und wir haben ja draußen eine Bergminze reingesetzt, eine rote Spornblume und einen Thymian. Alles Sachen, die man auch super für Tee-Mischungen hernehmen kann. Und nach kurzer Zeit sind auch alle wieder trockengelegt. Und die Frisur sitzt. So, den Sonnentopf haben wir fertig. Jetzt gibt es ein bisschen eine Abwechslung. Jetzt macht euch die Cosi eine schöne, natürliche Deko. Und nachher machen wir den Topf für den Schatten. Und Überraschung, bei Cosi scheint die Sonne. Sie zaubert uns heute eine herzliche Tischdeko für den Muttertag mit Frühjahrsblühern und Drahtherzen. Wie heißt so schön? Ohne Moos nix los. Deshalb macht Cosi ihren Kübel auch randvoll. Dann noch ein paar Blümchen im Garten pflücken. Jetzt einfach ein schönes Brett mit Farbe streichen. Und zwei Löcher für die Drahtherzen und Kerzenständer bohren. Sogar für kleine Serviettenringe reicht das Material. Nun kommt das Moos dran. Cosi schnappt sich drei Holzkisterl und befüllt sie mit leeren Gläsern. Die Herzen kommen in Steckschwämme. Jetzt die Gläser mit Wasser befüllen, das Moos drüber drapieren und mit herrlichen Frühjahrsblühern dekorieren. Sieht doch super aus. Und darüber freut sich wohl jede Mama am Muttertag. Aber jetzt zurück zu Markus. Seine Mission, Mission Possible. Ihr könnt euch natürlich die Erde auch selber mischen. Da haben viele ein bisschen Respekt davor. Ist aber eigentlich nicht wirklich schwierig. Man kann auch viel experimentieren. Es gibt da jetzt kein allgemeingültiges Über-Drüber-Rezept. Aber sehr, sehr gute Erfahrungen habe ich mit Kompost gemacht. Also mit gut abgerottetem, wirklich einem schönen, fertigen, schwarzen Kompost. Weil der hat viele Eigenschaften, was eben speziell auch Pflanzen, die einen hohen Nährstoffbedarf haben, sehr schätzen. Kompost speichert ja sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Das heißt, wenn man gierst, nimmt er das Wasser super auf und gibt es dann gemütlich an die Pflanzen ab. Und Kompost ist natürlich ein absolut lebendiges Material. Es sind ja Milliarden von Kleinstlebewesen da drinnen. Das heißt, es ist belebte Materie. Und das schätzen Pflanzen sehr, wenn sie so etwas bei den Wurzeln haben und nicht irgendetwas Totes oder Steriles. Es ist das einzige Thema beim Kompost, was nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen Sand dazu mischt. Weil dann neigt er nicht so sehr zum Vernässen. Sagen wir es einmal so, das könnt ihr aber auch vielleicht, wenn ihr daheim einen Zirgel-Splitt habt oder irgendwelche alten Zirgel, die könnt ihr zusammenhauen und auch dazu mischen. Also da kann man ruhig ein bisschen experimentieren. Und das funktioniert wirklich gut. Na dann, auf zum hauseigenen Kompost. Ein Kompost höchster Güte. Davon überzeugt sich auch Katze Lala. Vom Mischungsverhältnis könnt ihr ein bisschen experimentieren. Ich mache es meistens so. Hälfte bis zwei Drittel Kompost und ein Drittel Sand. Und eben vielleicht ein bisschen, wenn man es hat, einen Zirgel-Splitt kann man auch dazu mischen. Oder ein bisschen einen Kiesel. Ganz egal. Mischen wir das. Ah, schau. Kriegst du sowas rauf, so ein Vieh? Ja klar. Ist drauf. Und der wird auch einfach mit reingemischt. Wenn da mal ein Haltstickerl drinnen ist, kann ruhig drinbleiben. Bringt Luft rein. Okay. Also der soll ja halbschattig schattig. Kann auch ein bisschen kühl sein. Überhaupt kein Problem. Da habe ich eine wunderbare Pflanze, die eigentlich in Kärnten daheim ist. Das ist der Nesselkönig. Das ist die größte Taubnessel, ich glaube sogar, die es in Europa gibt. Unglaubliche Taubnesseln. Und sehr, sehr beliebt bei Hummeln. Man könnte es theoretisch essen, aber das tut einem ja fast selber weh, wenn man so schöne Pflanzen esseht. Aber wer zeigt, die Hummeln, die mögen es wirklich gern. Na dann, rein mit dem Kärntner Nesselkönig. Ich mag einfach unsere Schlüsselblumen so gern. Das ist die Waldschlüsselblume, sagt eh schon der Name. Die fühlt sich wohl im Wald, wo es wirklich ein bisschen schattiger ist und feuchter ist. Da taugt es ihr. Sie bliert sehr lang, deshalb mag ich es auch so gern. Und wird von Insekten, sowohl eben von Schmetterlingen übrigens auch ganz gern. Weil die holen sich mit einem langen Rüssel da unten den Nektar aus, den saugen sie. Aber auch irgendwelche langrüsseligen Wildbienen, Pelzbienen, die Frühlingspelzbienen, die fliegt ihr jetzt um die Zeit, die könnt ihr super mit unserer Schlüsselblume bedienen. Ja, ganz was Frühes. Eine absolute, wunderbare heimische Frühlingspflanze aus unseren Wäldern. Kennen sicher viel von euch. Das ist das Leberblümchen. Ist jetzt schon ein bisschen am probieren. Erstens finde ich einfach, dass das Stimmung bringt zu einem Pflanzen, weil das so eine fröhliche Farbe ist, dieses Blitzblau. Und ja, es ist eine total robuste Pflanze, die halt wirklich was aus. Und selbst wenn es verbliert ist, dann entfalten sie diese so ein bisschen herzförmigen Blätter, sind die wirklich auch eine hohe Zierde übers Ganze. Ah, da habe ich noch was richtig was Schönes. Wäre übrigens wieder was Essbares. Das ist die große Sternmire. Das verwandt ihr übrigens mit der Vogelmire. Das sind beides Stellarien. Kann man beide essen. Das ist eine Nahrungspflanze, ganz mild vom Geschmack. Könnte man zum Beispiel aus Deko einmal auf irgendeinen Salat geben oder in eine Kräuterbutter dazu. Manche sagen, die gute Köche oder Köchinnen sind. Es ist vom Eigengeschmack nicht so überwältigend, aber es ist super, wenn man was hat, was vielleicht sehr scharf ist. Irgendwelche scharfen Kräuter. Dann tut das den Geschmack so ein bisschen mildern und noch besser rausbringen. Kann man ja mal probieren. Und ist übrigens wirklich eine hervorragende Insektenpflanze. Viele Wildbienen mengen das ganz gern, diese kleinen Blüten. Und etliche, ein paar sehr seltene sogar, Schmetterlinge legen Eier drauf. Ob euch das im Topf gelingt, ist halt immer ein Riesenglück. Aber man kann es ja probieren. Jetzt geben wir noch was Schönes dazu, wirklich für den Sommer. Dann haben wir so eigentlich ziemlich früh beginnend mit den Leberblümpchen Schlüsselblumen. Dann kommen die Sternmiren. Im Topf blieren sie oft ein bisschen früher, die Nesselkönige. Bei mir sind sie noch gar nicht draußen. Also nächstes Jahr wird sie sicher später blühen. Und dann für den Sommer habe ich die Sterndolde. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne heimische Pflanze, die man, wenn man ein bisschen Glück hat, im Wald findet. So eigentlich sehr auffällige, sternförmige Blüten. Wunderbar für viele Insekten. Vor allem bei mir beobachtet ist die Schwebfliegen. Die flieren total drauf. Da sind wirklich oft ganze Schwärme von Schwebfliegen. Also super zum Insekten beobachten. Jetzt gebe ich noch was Spezielles ein. Auch so für den Sommer rein. Eine Glockenblume. Und zwar, das ist auch wenigen bekannt. Es gibt Glockenblumen, die wollen es eher schattig. Weil die meisten wollen ja doch sonnig, eher sogar trocken vom Boden her. Und das ist die Nesselblättrige Glockenblume. Ist jetzt natürlich noch nicht prächtig. Die braucht bis in den Sommer rein. Wird übrigens als eine der wenigen Glockenblumen nicht von den Schnecken gefressen. Oder war dann nur ganz ein bisschen. Ist auch oft ein Thema. Vielleicht im Topf nicht so. Aber eine wunderbare Glockenblume für so halbschattige oder schattige Partien. Und was man vielleicht bei sowas dazusagen sollte. Es ist ja oft, ihr kennt das ja selber mit den Balkonkisten. Wenn man Geranien oder sowas drinnen hat. Die werden ja kaputt im Winter. Das sind ja eigentlich, in Wahrheit sind es tropische Pflanzen, die bei uns überhaupt keine Chance haben, über den Winter zu kommen. Und das sind alles mehrjährige Stauden, die überraschend winterhart sind. Auch in Töpfen haben die meistens überhaupt kein Problem. Speziell, wenn vielleicht ein bisschen Schnee oder was draufliegt, kommen die wirklich gut über den Winter. Und das hat so eine Kiste durchaus etliche Jahre. Weil die haben ja unten sehr viel Nahrung mit diesem Kompost. Und man kann das auch, das wird nachgehen. Das setzt sich ein bisschen. Kennt ihr alle nach ein paar Jahren, sind fünf Zentimeter oder vielleicht noch ein bisschen, hat sich gesetzt. Dann könnte man das oben im Frühling, bevor es so richtig austreiben, noch einmal mit ein bisschen Kompost wieder ergänzen. Und das funktioniert über etliche Jahre und man hat wirklich eine Freude. Und wenn es jetzt eng wird, dann setzt es vielleicht in den Garten raus. Dann geht es weiter. Ach ja, und so sieht das in ein paar Wochen aus. Ich würde euch auch empfehlen, dass die Kiste dann für den Schatten oder für den Halbschatten mit irgendwas abdeckt. Also mulcht es erstens beim Girsten, schwärbt es nicht aus und eben die Feuchtigkeit bleibt länger drin. Was ein sehr schönes, stimmiges Material ist, habt ihr vielleicht eine Hecken oder irgendwo einen Strauch, das Laub, das runterfällt. Und wenn es sich ein bisschen zersetzt, so wie hier bei mir, da wärt es sich immer so zusammen. Und dann kann man sich so ein Laub einfach holen, ein bisschen dann zusammen zerkleinern oder zerreißen. Oder es häckselt sich vielleicht. Und das legt es dann oben drauf, schaut dann optisch auch sehr, sehr authentisch aus, weil es so ein bisschen einen Waldtouch kriegt. Und die Pflanzen mögen das natürlich gern, weil so wachsen sie auch in der Natur, im Wald. Übrigens, das ist ja so ein bisschen so eine Waldsituation mit der Hecken. Da haben wir den Nesselkönig. Ein bisschen weiter drüben blieb er sogar schon. Und da kommen die Sterndolten auch schon raus. Die haben auch so ein schönes, so ein apfelgrünes Laub, so richtig frühlingshaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das wird noch ein bisschen niedersitzen mit der Zeit. Ich finde, schaut jetzt schon richtig lieb aus, wenn ich mir vorstelle, wie sich das dann im Sommer eine noch entwickelt. Und ich finde, das ist immer irgendwo für uns selber auch spannend, weil man nicht genau weiß, wann kommt was, wann bleibt es. Also da tut sich immer ein bisschen was. Also wirklich für uns was Schönes und natürlich auch für unsere Insektenwelt, was wirklich was Nützliches und was Schönes. Zum Abschluss machen wir noch so ein ganz kleines Kisterl. Das ist eigentlich ein Holzkisterl. Und da setzt man sehr, sehr trockenheitsresistente Pflanzen rein. Erstens schaut es lieber aus, das blieb sogar. Und die schaffen das wirklich auch in so einem kleinen Kisterl. Wirst du aber die richtigen Pflanzen nehmen. Auch hier müssen aber erst ein paar Löcher rein. Wir nehmen da, kennen sicher viele von euch, sogenannte Mauertpfeffer heißen. Das sind, man sieht das eh gleich, die haben so ein dickes, verdicktes Laub. Das ist eigentlich eine Strategie von verschiedensten Pflanzen, um Wasser in sich selbst zu speichern, falls die Situation daherkommt, dass einmal lange kein Regen fällt. Und die kommen so wirklich lange über Trockenperioden. Mirst du normalerweise auch nicht gießen, wenn das draußen steht und hin und wieder angeregnet wird, wie jetzt gerade wieder. Dann brauchen die eigentlich wirklich nicht gegossen werden. Ist sogar eher für die Pflanzen oft ein Problem, wenn sie regelmäßig gegossen werden. Die brauchen das nicht. Ich habe die noch in kleinere Gefäße sogar schon probiert. Diese scharfen Mauertpfeffer in dem Fall. Und das ist unglaublich auch in welcher Fülle die dann zu blühen beginnen. Und da könnt ihr zum Beispiel auch dazu kombinieren scharfer Mauertpfeffer, weißer Mauertpfeffer. Schaut ein bisschen anders aus vom Laub. Und dann gibt es noch die Trippmadame. Auch spannende Pflanzen, die kann man nämlich auch in der Küche wieder ganz vielseitig verwenden. Also da kann man sich schon wieder eine richtig schöne eigene kleine Welt basteln. Wo, das werdet ihr wirklich beobachten, auch sehr, sehr viele Wildbienen ganz begierig drauf sind, auf diese klitzekleinen Blüten. Es ist oft vielleicht für manchen Pflanzenfreund gar nicht so einfach, das ein bisschen einzuschätzen. Weil diese Pflanzen am Naturstandort, die wachsen ja extrem mager. Die kannst du wirklich tatsächlich nur in Sand reinsetzen oder in einen Schotter und die wachsen. Im Trog ist es aber was anderes oder in einem Topf, weil die Pflanzen hat ja ganz ein begrenztes Wurzelvolumen. Und da würde ich dann schon wieder eine Erde geben, die zumindest einen gewissen Nährstoffgehalt hat. Also könnt ihr eine ganz normale Trog-Erde nehmen. Weil wenn man es zu sehr da drinnen abmagert, dann vegetieren sie zum Teil wirklich nur dahin. Beim Scharfen auch Pfeffer würde wahrscheinlich sogar das gehen. Aber man soll die Pflanzen im Topf nicht ganz zu stark abmagern, weil es eben kein Naturstandort ist, wo es vielleicht ganz tiefe Wurzeln bilden können und sich die Nährstoffe und das Wasser halt irgendwo herholen. Jetzt werde ich da nur noch ein bisschen Mulch draufgeben mit kleinem Kiesl. Und dann habe ich eine schöne Stöhe. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert, was man alles wirklich an schönen heimischen Pflanzen in verschiedenste Töpfe, aber auch in Balkonkisteln einsetzen kann. Weil so zieht es wirklich das Leben an. Und es ist für einen selber einfach, ich sage oft so, richtig wie ein kleines Kino zu Hause. Also, fiert euch bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017